Kennst du auch die bestimmten Momente, wenn dein Disponent mal wieder nichts für dich hat? Wenn noch nicht mal der Basti da ist, wo man ein bisschen dumm sabbeln könnte, wo du dein Auto schon dreimal geputzt hast, aber es immer noch nicht dreckiger geworden ist. Ja, dann werden wir heute mal das Radio anmachen. Mein Disponent hat ja sowieso nichts. Ja, kommt heute die Staumeldung oder kommt das Wetter? Okay, aber nein, hier ist alles anders und damit muss ich erst mal klarkommen. Jetzt habe ich für euch im Player, ist nicht mein Song, nein, aber der ist im Player drin. Ich spiele ihn einfach mal ab, Ed Sheeran mit Don't und das ist alles zu einem. Cooles Lied. Yeah, genau mein Style. Gefällt mir. Jetzt können wir unsere Sonnenbrille aufsetzen. Und können ja einfach mal einen chilligen Tag machen. Heute mal nichts zu tun. Yeah. Was kostet die Welt? Ja, wie gesagt, wenn der Basti nicht da ist, der Daniel, wo ich einfach mal nichts zu tun habe, hier im Euro Truck Simulator 2, dann höre ich auch ein Wattradio, um die Zeit zu versüßen. Ja, das Kellerradio. Wo mich jetzt bis jetzt noch kein Lied enttäuscht hat. Und lehnen wir uns einfach mal zurück und warten wir auf den nächsten Auftrag. Oh.